Diese Outdoor-Küche löst sich langsam auf, weil er die falschen Materialien und die falsche Technik angewandt hat. Wir rocken das Projekt von Regenbogen 2 mit diesen zwei Handwerkhelden, die machen die Outdoor-Küche wasserfest. Wir reißen die alte Arbeitsplatte komplett weg und machen das ganze Wetter fest, damit es alle Witterungsverhältnisse standhält. Und tun die ganze Sache durch Fliesenersetzende und Holzoptik. Also mein größter Dank gebührt natürlich meiner Frau, die das alles einfach so organisiert hat. Es ist total geil, es ist eine absolut geile Aktion gewesen. Vielen lieben Dank und ich liebe dich über alles und das wird immer so bleiben und alles ist gut. So, komm jetzt knutscht euch aber auch, oder? Regenbogen 2 rockt dein Projekt. Tatkräftig unterstützt von WIRT. Handwerk rockt. Auch auf WIRT. Auch auf WIRT.de Musik 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 Musik